Meine Herren, ich stelle Ihnen die Sergeants Jones und Ramirez vor. Ihre Trupps werden Ihnen beistehen. Wollen Sie sie einweihen? Mit Vergnügen, Sir. Es sieht überall wild aus. Da tut sich nicht viel. Sergeants Ramirez, führen Sie Ihre Männer zur Kreuzung südlich von Foy. Verstanden. Sergeant Jones, Sie und Ihre Leute helfen mir im Westen beim Flankieren. Diese Waldgebiete sind voller Minen. Und in diesem großen Bauernhaus befinden sich ein paar 88er und ein Observationsposten. Wir haben in dem Gebiet eine Patrouille verloren, nach der wir Ausschau halten werden. Danke, Sergeant. Die Bosse wollen, dass die 11. Panzerdivision morgen bei Sonnenuntergang in Foy ist. Wir sollen Ihnen den Weg freiräumen. Dazu müssen wir alles ausschalten, was da rumsteht. Noch Fragen? Nein, 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 nein. Viel Glück, meine Herren. Oh Mann! Was? Ich drehe mir den Arsch. Halten Sie die Klappe. Beide. Seid Sie dankbar. Es wird schon bald heiß genug werden. Geben Sie mehr Deckung. Du bist so alt. Du bist so alt. Weiter feuern! Sie kommen Sie zurück und geben Sie wieder Deckung! Hey! Du bist so alt. Der Feuer, trefft ihn nicht! Runder, in Deckung, runter! Geben Sie mir Deckung, ich gebe zu! Der Sars ist ablissen! Weiterfeuer! Aaaaaah! Hey, mach dich! Oh ja, mach dich! Mach den T-Saus! Ich sitz hier fest! Ihr Deutscher auf dem Zweifahrt wird seine Freunde von einem gewissen Ausbewegung halten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Augen aufreißen! Vorsicht! Der Beagle! Der Beagle! Der Beagle! Leuchtsignale! Geht rechts rüber! Bleibt nicht bei den Bäumen! Sie wissen... Der Beagle! 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 Hey, Sarge! Wir haben einen Gefangenen! Scheint Offizier zu sein! Was zum Teufel! Haltet ihn fest! Ich komme rauf! Spricht hier einer die Sprache des Feindes? Ich, Sergeant, ein bisschen. Na, immerhin etwas. Fragen Sie ihn nach unserer vermissten Patrouille. Also, wir haben letzte Nacht eine Patrouille entsandt. Was ist mit ihr passiert? Ich weiß nichts von irgendeiner Patrouille. Negativ, Sarge. Er sagt, er weiß nichts darüber. Versuchen wir das nochmal. Wo ist diese Patrouille? Im Schuppen. Hinter dem Gebäude. Er sagt, sie sind hinten, Sarge. Gut, dann soll er uns zu Ihnen führen. Los geht's! Zeigen Sie uns, wo unsere Männer sind. Los! Amerikaner! Erkönnen Sie Gefangenen! Unsere Jungs sind unter anderem bis zu vor dem Hintergrund, Sarge. Was? Krass, Krass, Krass! Ja, krass, krass! Was ist denn? Los? Krass, Musik, Krass! Vissend. Jos? Gust. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Vorwärts! Los, los! Los, los! Los, los! Auf den Boden, wartet auf mein Zeichen! 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 Los, los! 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 Und jetzt zurück zur Kreuzung! Saubere Arbeitssoldaten! Wir übernehmen jetzt! Sergeant Moody, Ihr Männer sollen sich von bald süchtlich der Stadt verschanzen! Treffen Sie mich um 9.30 Uhr am Kontrollpunkt! 9.30 Uhr, Käpt'n! Ihr habt ihn gehört, los geht's! Wir übernehmen jetzt! Wir übernehmen jetzt! Wir übernehmen jetzt! Wir übernehmen jetzt!